Der wurde vom Spieler aber getötet. Hat er ne bessere... Ah! Ich bin tot! Ich hör's. Irgendeiner ballert da rum. Bye. Ich spieße sie. Bye. Vor der Villa am Stehen. Mach sie tot, Doc. Ja, ich... Genau. Wenn ich wüsste, wo ihr genau gestorben seid. Genau vor dem Eingang an der Villa. Vor so nem Schuppen sind die gestorben. Erste oder zweite Villa? Erst. Also die, die man aufmachen kann auch. Da oben sozusagen, wo du gerade hinguckst. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich getroffen hab. Dieses doofe Ding hat ja... Ja, ja. Den hab ich grad geschossen. Dr. Wander. Okay, pass auf. Da liegen zwei Leichen. Hier liegen drei Leichen. Vier Leichen. Da waren unsere Leichen. What the fuck? Ja, aber welche davon wart ihr? Äh, die an dem Schuppen vollen. Da war noch ne andere Leiche, die nicht zu uns gehört hatte. Da, wo drei Leichen liegen. Okay. Da sind wir gestorben. Aber das sind dann alle gewesen, ne? Ja, aber da hat grad noch einer in der Stadt geschossen gehabt, deswegen. Ich bin mir da nicht sicher, ob das alle waren. Tot. Tot. Da war einer im Haus irgendwo. Ähm. Ja! Ich hab einen erschossen. Ich hab einen Bären getötet. Bei 8,55. Ja, dann musst du einen von denen erwischt hören. Ja, und der andere hat sich den versteckt und hat sich jetzt gerecht. Egal. Ist das einer von euch vor der Tankstelle? Nee. Wir sind hinter der Tankstelle. Wir sind hinter der Tankstelle. Ihr seid hinter der Tankstelle? Ja. Dann ist hier einer drin mit mir. Ja, warte. Ich komm nach vorne. Also vor der Tankstelle ist auf jeden Fall was. Wenn das nicht ihr seid. Jetzt sind wir vor der Tankstelle. Ist da was? Bist im Raum. Oh, das seid ihr. Da ist noch einer. Ja. Achso, das war zu gerade Liz. Warte. Oh mein Gott! Ist noch einer draußen, Leute! Ach, das bist du Liz! Warte! Ah! Ich dachte du bist drinnen! Ich bin hier! Ich war hier auch drinnen! Ich muss mich dann heilen, Alter. Fuck me! Macht mal die Tür bei euch zu. Ich geh jetzt ins andere Klo. Draußen ist noch was. Bist du sicher? Ja! Also nicht hinter der Tankstelle. Ich bin hier rechts, wenn du rausguckst. Ja, warte. Ja, der ist tot. Okay. Toll, jetzt kann ich wieder nachladen. Da liegen Gavs tot rum. Ja, ich geh mal von links, also von Seite von dem Container aus ran. Ähm, Öltank. Dock ist ganz einfach zu erkennen. Weißt du, er ist der UN-Mitarbeiter. Ah, jetzt sind wir wieder an der Tankstelle. Roter Scaf auf der Rückseite. Warte, wer liegt da? Okay. Gegner, Gegner, Gegner. Ja, ich hab vorhin überall besch... Oh mein Gott! Machst du weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich bin ein bisschen hit. Tot! Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Sind sie sicher? Ich bin tot auch. Schießt du bei den Zügen? Ja, ich hab den Heinz Gepht da mal getötet. Gott, ich seh dich grad voll von hinten, ey. Ich könnte dich voll abschießen. Wollte ich auch grad sagen. Ich hoffe, dass er das war. Ich bin ja nicht vom Abschießen da. Ja, aber... Ich dachte... Warte auf mich grad geschossen durchs Fenster. Hast du geschossen? Nein! Auf mich wurde geschossen. Nein. Mir wurde durchs Fenster geballert. Warte, Doc, ich komm nochmal hoch. Warte, ich komm raus. Ach, hier Metallstep? Ja, ja. Wieso geh ich die ganze Zeit Metallstep? Das bin ich gewesen. Das ist grad hochgelaufen. Vorsichtig, wer ist da unten ist. Keine Ahnung. Was bist du da hinten? Also hier muss auf jeden Fall... Oh! Scheiße, tot! Verfickter Scheiße! Von wo? Der hat an den Zügen irgendwo. Ja, deswegen... Ich hab ja auch einen an den Zügen gesehen. Versehen tue ich ihn halt nicht, aber... Geil. Ich... Ich... Ich liege jetzt, wenn du gerade ausgehst, so an den Zügen. Da, wo du grad bist. Irgendwie an den Zügen. Okay. Gute Aussage bei den Zügen. Ne, jetzt... Ja, die Sache... Ja, ja. Ne, das passt ja. Ja, unten am Wasser war er gewesen. Aber der sah legit aus. Der hat... Der war voll equipped und stand unten am Wasser und hat auf mich geschossen. Echt? Ja, der war rechts von mir. Leute, ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ja, ja. Down. Down. Ich glaub ich hab ihn erwischt. Saved the Queen, Alter. Auf mich war grad geschossen. Ich hoffe es ist keiner von uns. Ich bin im Klo. Ich bin im Haus. Noch einen außen. Verbinde mich. Ich auch. Heavy bandaging going on, Alter. Da draus ist noch einer oder was? Ich hab einen getötet. Zwei getötet außen. Veräuschelt. Ich hör einen hier. Ja, da draussen läuft noch einer. Wo? Er ist jetzt ähm, ja. Da rein, wo ich unten rein bin, ne? Da ist er hingelaufen. Ich bin tot, von hinten erschossen. Wat? Ich bin im Klo unten erschossen worden. Im, im L. Erdgeschoss. Ich, ich schütze ihn. Ich bin sein Schutzschild. Machst du da so viel Lärm? Ja. It's a me. Er Lärmmacher. Dann bleib du bei ihm. Ich renne schon mal ein paar Meter vor. Ich hör was direkt vor mir. Erst geht los. Direkt vor uns. Der Straße. Scaff down. Ja, nice. Wohin läuft er? Schießt nicht, schießt nicht. Ich hab ihn. Er ist down. Gebt ihr mehr Feuerschutz? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich lauf jetzt über die kleine Landbrücke hier. Luca hat ihn ja gesehen, oder? Ich hab, ich hab dich gerade gesehen, wo du bist. Ja, hab ja auch auf dem. Ich guck mal, ich guck mal, wer ihn getötet hat. Er hat halt 200 Meter eingestellt. Ich hab ihn gelacht. Dr. Mandap. Der hat einen Wepper Hunter dabei gehabt. Oh, kommt Hex. Der läuft ihn jetzt vor. Luca. Oh, rechts, rechts, rechts. Und hinter uns. Überall jetzt. Wir sind ein Sandwich. Oh Gott. Ich bin tot. Granald hat mich erwischt.